Alles klar? Gecheckt? Ich halte die rechte Seite und versuche irgendwie ein bisschen keen zu halten. Kicken, vielleicht kommt er doch. Ja, das ist immer noch die alte Scheiße. So, das ist so ein Open-World-Tag, da kannst du die Arbeit für Leistung aus Dauerfeuer. Ja. So, lief mal das. Da ist er, hinter dir, hinter dir. Hinter wo? Hinter dem Baum. Warte mal, die sehen. Keine Mun mehr? Hinter ziehen und erstmal ein Laden. Jetzt ist er ready. Okay. Ja, er läuft zurück. Da läuft er zurück, jetzt nach rechts. Siehst du noch, wie er sich bewegt da drüben? Aber er ist dominiert, oder was? Der ist zurück, ja. Der ist zurück, ja. Der ist zurück, ja. Okay. Okay. Abpraller von da, hier in der Richtung. Ja, hier. Alles klar? Alles klar? Ja. Ja. Robson, komm rüber! Hey! Scheiße! Ja, gut. Danke, Rob. Stopp! Naja, der Ding. Klappe auf, ne? Jawoll. Ich warte hier, ja? Ja, okay. Helfi? Ja? Hast du einen Mund? Ja? Hast du einen Mund? Ja. Ja. Hatten wir eh einen Haltkappen im Start? Ja. Scheide. Scheide. Eben, mitkämpfer hat er gleich noch. Ja, ich bin zu spät. Naja, nachher. Wiss ich nicht, willst du wieder... Ja. Dann musst du auch mal die Kappieren. Oh ne, können wir anlassen jetzt noch im Game. Genau, zuletzt waren sie hier. Zwei. Da ist rot, da kommt uns einer entgegen. Vielleicht mal vor die Deckung. Ich bin hinter dir und bin zu drüber zu den dicken Baumen rechts. Ja. Hier kann ich nicht einsehen. Seht nicht. Ja. 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 Jetzt ist er raus. Ja. 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 Das war's. Da, aus der Richtung. Runter, runter, runter. Ein Uhr, ein Uhr, ein Uhr.